Maria Pavlovna Romanova, Großfürstin von Russland, war ein Mitglied des Hauses Romanov-Holstein-Gottob und durch Heirat Großherzogin von Sachsen-Weimar Eisenach, Leben. Ihre Eltern waren der russische Zer Paul I. und dessen Ehefrau Sophie Dorothee von Württemberg, eine Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg und der Prinzessin Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt. Sie war die jüngere Schwester des Zaren Alexander I. von Russland. Ihre Schwestern waren ebenfalls mit europäischen Monarchen verheiratet, so war Maria Pavlovna auch Schwester von Anna Pavlovna, einer Königin der Niederlande, und Katharina Pavlovna, einer Königin von Württemberg. Am 3. August 1804 heiratete sie in St. Petersburg den Erbprinzen Karl Friedrich von Sachsen-Weimar. Die Heirat erfolgte in St. Petersburg, weil alle Verbindungen mit russischen Großfürsten durch eine Heirat in Petersburg besiegelt wurden. Politisch war ihre Präsenz in Weimar von großer Bedeutung. Durch ihre Heirat mit Karl Friedrich verbündete sich das kleine, relativ unbedeutende und dazu noch verarmte Herzogtum Sachsen-Weimar Eisenach mit Russland und seiner Zaren-Dynastie. Zu dieser Zeit eine der mächtigsten und reichsten Familien in Europa. Schon ihr erster Einzug als Jungfamilte in Weimar machte großen Eindruck, als sie mit einer großen Anzahl prunkvoller Geschenke aus Russland eintraf, die im Weimarer Schloss ausgestellt wurden. Die Zeit ihres Eintreffens in Weimar fiel zusammen mit dem Aufstieg Napoleons in Frankreich, der von dort bald fast alle Staaten Europas bedrohte. Für das fast schutzlose Herzogtum, das noch dazu mit Preußen verbündet war und sich nach der Auflösung des Alten Reiches 1806 weigerte. Dem von Napoleon abhängigen Rheinbund beizutreten, war ihre Präsenz somit eine Art Lebensversicherung. Brachte sie doch russischen Schutz gegen französische Expansionsgelüste. Nach der Niederlage Preußens in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt 1806, die auf Sachsen-Weimarischem Boden ausgetragen wurde, flüchtete Maria Pavlovna aus Sachsen-Weimar und kehrte erst im darauffolgenden Jahr zurück. Zwar waren die Friedensbedingungen für das Herzogtum hart, aber dass das Land überhaupt seine Unabhängigkeit bewahren konnte, war auch Maria Pavlovna zu verdanken. Da Napoleon zu diesem Zeitpunkt an einem Ausgleich mit dem russischen Zaren interessiert war und deshalb auf russische Interessen Rücksicht nehmen musste, während des französischen Russland-Feldzuges verließ Maria Pavlovna erneut Weimar und ging nach Böhmen. Wo sie sich dem Schutz österreichischer Truppen unterstellte, erst nach der Leipziger Völkerschlacht kehrte sie nach Weimar zurück. Sie nahm am Wiener Kongress teil, der für Sachsen-Weimar-Eise nach die Rangerhöhung zum Großherzogtum und bedeutende territoriale Gewinne brachte. Mit ihrem Wunsch, das ehemalige Fürstentum Fulda als eigenständige Herrschaft zugesprochen zu bekommen, konnte sie sich jedoch nicht durchsetzen. 1828 starb ihr Schwiegervater Großherzog Karl August und Maria Pavlovnas Ehemann bestieg den Ton, sie wurde so zur Großherzogin. Besondere Bedeutung erlangte die Großherzogin als Fördererin der Künste am Weimarer Hof. Sie trat damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Anna Amalia, die einst den Ruf Weimar als Musenhof begründet hatte. Aber auch die Bibliotheken, die nicht allein unter dem Einfluss bedeutender Literaten und Gelehrter wie Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder und Christoph Martin Wieland standen. Die Musikschulen und auch die Gemäldesammlungen verdankten viel ihrer großzügigen Förderung. Die Großherzogin ließ durch bekannte Maler ihrer Zeit Zimmer für die Literaten ausschmücken. Friedrich Preller der Ältere schmückte das Vielanzimmer aus und Bernhard von Nehr bekam den Auftrag für das Goethe- und das Schillerzimmer. Für das Letztere hatte Woldemar Herrmann die Pilastergestaltung nebst den Medaillons zu übernehmen. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar besitzt auch eine Musikalien-Sammlung. Obgleich stark dezimiert durch einen Brand 2004. Ihrer liberalen Einstellung, wie übrigens auch der des Großherzogs, verdankten während der Zeit der Restauration unter Metternich einige Künstler, die in anderen Staaten verfolgt wurden, ihr Asyl. Zu ihnen gehörte auch der Komponist Franz Liszt, welcher Hofkapellmeister wurde. Weimar war nicht zuletzt auch wegen dieses gebündelten Wissens eine Art gelehrten Republik. In Maria Pavlovners Zeit fiel auch die Industrialisierung des Kleinstaates. 1853 verstarb ihr Mann, Großherzog Karl Friedrich, und ihr Sohn Karl Alexander bestieg den Thron. Als Großherzogin Mutter widmete sie sich weiterhin ihren vielfältigen künstlerischen und sozialen Projekten und reiste auch ein letztes Mal in ihre russische Heimat. Sie wurde auf dem historischen Friedhof Weimar in einer eigens für sie errichteten russisch-orthodoxen Grabkapelle neben der Weimarer Fürstengruft beigesetzt. Soziales Engagement Maria Pavlovner hatte auch ein Herz für das einfache Volk, die Armen und deren Probleme. So befürwortete sie die Errichtung eines Sparkassenvereins und nahm sich der Existenzsicherung von Frauen an. Für soziale Vorhaben verwendete sie Gelder aus ihrer Privatschatulle. Von den Weimarern wurde sie als Engel der Armen, Kranken und Weisen geliebt und verehrt. Nachkommen Paul Alexander Karl Konstantin Friedrich August Marie-Luise Alexandrina, Lemniskarte 1827 Prinz Karl von Preußen Augusta Marie-Luise Katharina Lemniskarte 1829 Prinz Wilhelm von Preußen, den späteren König Wilhelm I. Von Preußen und ersten deutschen Kaiser Karl Alexander August Johann, Großherzog von Sachsen-Weimar Eisenach Prinz Wilhelm I.